so da sind wir wieder und wir gehen auch direkt weiter so wie gesagt in der vorhanden folge hat uns ja das komische fieder angegriffen strom einschalten ist klar hier rumlaufen sie müssen sehr eklig aus das bist du denn gut man sollte öfters mal nach oben gucken nehmen wir ist dort das ist ein sehr wenig licht hier noch ein kraut wo man dann hoch so schluss halten alles klar hallo scheiß wie dass das mal erstmal hier habe ich noch zwei kräuter oder das gleiche mit vielleicht guck mal was wir noch finden heute kann man immer gebrauchen jetzt sind wir hier noch munition mit titz alles klar alles klar alles klar weiter geht's die stelle untergehen gesetzt es ist skeptisch hier angeht wo 2 von 4 hallo schnell nachladen hallo hat mich mehr viel munition und die reingeht roh die bohren das war knapp ist der nächste schalter kleines mist wie hat stromscheinricht schnell auch drücken und dann am besten nix wie raus hier ist frei wo war der ausgegangen hier bin ich gekommen nur noch das eine graut mit könnten wir mich jeden fall noch gebrauchen das nicht aus dies aber hoffentlich nix mehr da ist ein achtes zu und vor mir oben ist wie vergessen nachzuladen das konnten wir noch mit auf die decke achten nichts wie weg hier schluss 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 so dass sie erstmal ist erstaunen wochen wir haben allerdings können wir noch einmal mixen eine kombinierte aber das geht auch wieder hier drin perfekt 1.000 wegen so dann haben wir das mit dem fehler 60 36 schließt wo noch ja das ist schon mal sehr gut so dann gerne weiter aber ich habe gar nicht gut schrothblinden war aber doch schon schrothblinden munition das mal weg tun habe ich nicht als nächstes kommt der stelldachsystem es sollte im büro der gesellschaft sein okay ich glaube ich kenne das gebäude klasse fahrer ein schritt voraus alles klar ich muss bei den tristen zurück latschen ich hoffe dass er jetzt nichts kommt nein wo ich muss laufen hallo 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 komm nicht weg lauf doch ich weiß gar nicht wohin das tut weh ja ist klar das benutzen wir verlaufen hänge fest nächste stelle schnell schnell höchste Eisenbahn aber wenigstens ein Safehouse schnell das eine Dinger mitnehmen so wie sie auch mal leben sieht gut aus schnell speichern das muss leider sein sorry so guck mal dass wir das überstehen hier wir haben Dietrich dabei lassen wir schönes drin hast du die gespräche brauchen wir jetzt nicht alles klar weiter geht's ich hoffe der wird jetzt hier auch noch kommen hundertprozentig aber wie sie noch zu hallo weh hallo weh ich glaube ich muss das später holen hier der hat nicht geholfen geh rein guck mal jetzt auf einmal die ganzen Zombies her schützt schützt keine ich hoffe wir haben hier erstmal Ruhe wir haben hier erstmal Ruhe überhaupt keine Momie mehr so oh gut das ist kein Safehouse noch ein erstes Gespräch wurscht erhaltig so erlaubt man so den Trist hier schnell anmachen das ja so das da aufmachen oh schrot perfekt so eine Route festlegen okay wo wollen wir hin? die Bahn steht in Redstone Street und das Zielbahnhof ist Fox Park kannst du das eingeben? hey ich bin Superkopf ich krieg das schon hin äh 1 ja also okay alles klar so äh wieso das jetzt funktionieren so sind hier Namen okay jetzt geht's mir hier auf die dann auf die dann auf die 3 2 Richards ja 3 2 Richards auf Gleis 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 7 5 5 5 6 6 7 6 7 7 7 7 10 5 7 10 9 10 11 13 15 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 du musst das so was das sohn aber es wird da ist zwei preis 3 so dieser blieb glaubt Stimmt, stimmt. So, laden wir das mal auf Gleis 1. Hm. Jetzt bin ich schon irgendwie voll durcheinander. Platz 1, 2, 3. Okay, das stimmt schon mal nicht. Platz 2. Dann vergisst es da nicht weiter. Ach so. Warten wir mal. Kein Wunder. Ja, was ist das denn? So, jetzt. Ne, da brauchen wir noch Gleis 3. So, Gleis 2. So, jetzt muss es stimmen. Alles klar, ich komme. So. Ich hoffe, dass uns jetzt was entgegenkommt. Schnell weg hier. Ah, wir laufen mal. Äh, laufen mal. Aua. Nee, hier können wir nicht lang. Wir müssen hier lang. Sieht's aus. Oh, oh, oh. Gut, wir haben ja zwei dabei. Alles klar, kein Thema. Ja. Ach, der Scheiße. Aua. Aua. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig laufe. Oh, toll. Das bringt mir ja gar nichts hier. Ja. Ja, toll. Alles klar. Ach. Ach. Schnell weg hier, schnell, 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 schnell weg hier. Oh, wir haben es geschafft. So. Das muss ich jetzt leider nehmen. Kombinieren. Bau. Erstmal schnell was nachladen. So, wir hatten hier. Nicht noch einen. Okay, nicht noch einen. Ja. Und trotzdem. Oh. Die Flinte. Kombinieren. Für die Flinte. Oh. Geil. So, aber erstmal schnell speichern. Oh, wir in die Kacke kommen. Und ich wollte auch schon sagen, das ist schon die Folge, die leider schon zu Ende ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.